Du hörst Hoffnungsbertschaff mit Walter Niefeld. Liebe Freunde, liebe Brüder, liebe Sester, oh, was schön, dass ihr da dran seid. Die Bibel redet von den Menschen, die ihr Leben gejiebt haben auf diese Ede, für den Namen von Jesus Christus, dass sie eine besondere Stere im Himmel haben. Und das finden wir in Offenbarung, Kapitel Saas, Verstehen und Alp, und da redet davon, dass diese Menschen wachten, dass Gott angerufen wird. Dass Gott wird jeden der Menschen gewöhnt, der an das Leben genommen hat. Dass Gott wird die Rechte zu schaufen. Und sie wurden ein bisschen angeduldig und sagten, Herr, wann willst du uns bloß erreichen? Und Gott sagt, wacht noch ein bisschen. Wacht noch ein Bede, dass all die gestorben sind, die für mich nunmehr siehle Storbe, ruht noch so lang uit, er geeft ihnen witte Kleider, und wann die Nummer von Dünnen mit deiner erst voll ist, dann wird es kommen. So, das schafft Menschen von Aposteln an, die für Jesus ihre Lebe geeft haben. Viele sind ermordet worden, sind gefaltet worden, doodgetweild worden, will sie Jesus sie nunmehverzündet werden. Auch von Dünnen Tag wurden viele Menschen angerufen, in viele Länder auf der Welt als es verboden von Jesus zu predigen. Vielleicht in unsere Welt, wo wir wohnen, ist es nicht verboden, aber wann wir wirklich würden trüge von Jesus reden, so ist der Helle ja jetzt ans Schei. Da würden auch viele Menschen uns verfallen. Und das kann auch so weit kommen, dass wir das Leben verlieren. Aber weißt du was? Die Bibel lehrt uns, dass es sich lohnt, das Leben zu verlieren für Jesus. Herr Jesus, danke schön, dass du uns gekauft hast, mit deinen Blutemkrieg, dass wir die hierheren. Und dass du uns erstens ein Abdrag geeft, deine Namen wieder zu sein. Und dass du uns auch gesagt hast, dass wir die Situationen nicht geben, wo wir uns das Leben verlieren, um die Namen zu sein wollen. Oberherr, ich danke dir auch, dass du eine eigene Herrlichkeit für uns vorbereitet hast. Und das beten wir in die Namen. Amen. Warte im nächsten Mal mit Hoffnungsbotschaft. Das war eine Produktion von Jesus Responde am Mundo de hoy. Töp, möchte ich den Namen Jesu gerade schreiben über Paraguay und der Welt. Kontaktiere uns und ja info arroba jesus responde pump 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 disrupt